Hallo, wir sind jetzt auf der IFA. Mein Name ist Daniela und ich bin von Konrad Berlin-Schöneberg und ich bin jetzt hier beim MacBlock und wir machen jetzt ein kleines Interview über die ganzen Roboter, die wir haben. So, can you tell me a little bit about the Roboter we have here? Yeah, of course. This is MBOT, it's our entry-level robot kit, which we provide a DIY set with mechanical parts, electronic models and also programming app and the control application for both iOS and Android on all smart devices. So with that one kit you can build your own robot like this small one with like 15 to 30 minutes you will finish building it and then you can start control with four different models to play with it and then you can code it and add more and more parts on it. And it's for children with eight years plus? Yes, over eight years old the children can handle this robot and start exploring the robotics and the coding things. Okay, thank you. Können Sie mir jetzt noch mehr dazu erklären? Für die ganzen Kinder ist es ja nicht nur lustig, sondern auch für Erwachsene. Und wie genau ist es dann mit dem Arduino-System? Genau, also was daran sehr spannend ist, dass es einerseits übers Arduino-System programmiert werden kann, andererseits aber auch eine Art Scratch beinhaltet, sodass sowohl Leute, die schon professioneller programmieren können, Spaß an der Sache haben, aber eben auch Kinder, die gerade den Einstieg finden über Scratch, das ist so ein grafisches Programmierprogramm, ganz viel Spaß daran haben. Und Sie machen auch Kurse für Anfänger oder also hier in Berlin? Genau, wir bieten in Berlin in Prenzlauer Berg Kurse an, sowohl für Anfänger als auch für Profis und genau, für Kinder ab acht Jahren, die bauen den Roboter erstmal zusammen und lernen dann so den spielerischen Einstieg ins Programmieren kennen. Okay, dann bedanke ich mich erstmal für die ganze Info und wünsche euch noch einen schönen Tag. Thank you very much. So, wir sind jetzt wieder auf der IFA oder immer noch beim MakeBlog. Ich bin jetzt hier mit Calvin und erklärt mir ein bisschen was zu den MakeBlogs und zwar beim Thema Programmieren über die App. So, Calvin, now you can explain me and my customers how to work with the app. Okay, so generally, when we're talking about the programming, it's kind of difficult job for children to understand. However, we develop a program software, which is based on MIT Scratch version 2 software, which we can minimize the difficulty of programming. So, for the children in primary school or senior school, they can much easier to understand the working principle behind this programming and they can very easy to use it very easily. Yes. Okay, thank you very much. And we connected with this robot then? Yes, we have already connected. And before we programmed the robot, we have already connected to the mobile devices, to the Bluetooth communication. Yes. Okay, thank you very much. You're also, right? Yes. Who are you with these platforms like you, too? Did you bring your paycheck to the email and tell us about that? Yes. But it might be helpful for the